Hallo, mein Name ist Anne-Marie, ich bin 22 Jahre alt. Ich fühle mich oft sehr müde und abgeschlagen und daher möchte ich es jetzt in den nächsten zwölf Wochen wirklich richtig durchziehen, um auch endlich genügend Energie zu haben und durch den Alltag powern zu können. Ich erhoffe mir dadurch in den nächsten zwölf Wochen, dass ich Sport zu einem wichtigen Bestandteil in meinem Leben werden lasse, dass ich wirklich regelmäßig trainiere und vor allem auch ein gutes Gefühl für gesunde Ernährung bekomme, um fit zu sein, um aktiv sein zu können, um wach zu sein und dadurch auch einfach einen Wehrwert in meinem Leben zu erzielen. Die ersten sechs Wochen der Journey sind jetzt vorbei und ich habe gemerkt, dass ich es jetzt viel besser durch den Alltag hindurch schaffe, da ich einfach nicht mehr so müde und erschöpft bin und daher werde ich auf jeden Fall die nächsten sechs Wochen jetzt noch dranbleiben und bin super gespannt, wie es noch weitergeht. Also in den letzten Wochen konnte ich auf jeden Fall meine Herzliebe zu bürgen, und ich konnte auch die Burbys vertiefen, da ich davon wirklich richtig viele machen musste. Aber am allermeisten freue ich mich darüber, welche Kräfte ich in meinen Arm entwickelt habe, denn am Anfang habe ich noch gar keine Push-Ups geschafft und jetzt in der letzten Woche habe ich davon so viele durchgezogen. Ich werde jetzt natürlich mit Philatix wie gehabt weitermachen. Die nächste Journey ist auch schon gestartet und ich möchte jetzt ganz speziell noch mehr für meine Kraft tun und noch etwas stärker werden, denn ich habe auch gemerkt, dass ich einen positiven Einfuss durch das Body Rear Training im Laufen hatte und da gerne noch ein bisschen an meiner Pace arbeiten und noch schneller werden möchte. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020